Hallo, liebe Deutsch-Lernende! Brauchst du jemanden an deiner Seite, der dir Deutsch direkt beibringt? Dann habe ich etwas für dich. Ich werde dich unterrichten. Wenn du daran interessiert bist, dann geh zu AuthenticGermanLearning.com-Unterricht. Ich möchte dich unterrichten. Ich möchte dir zur Seite stehen. Ich möchte, dass du dein Deutsch enorm verbesserst. Und ich möchte für dich da sein, falls du Fragen hast. Ich möchte dir direkt helfen, deine Aussprache zu verbessern. Ich möchte dir dabei helfen, wenn du in einem Kurs bist, zum Beispiel mehr Erfolg zu haben in diesem Kurs, eine bessere Note für dich oder dass du schaffst, ein bestimmtes Zertifikat zu bekommen, eine Prüfung zu bestehen und so weiter. Ich bin für dich da. Jetzt auch direkt gehe zu AuthenticGermanLearning.com-Unterricht und wir sehen uns dann im Klassenzimmer. Bis dann! Tschüss! Also im virtuellen Klassenzimmer natürlich. Okay, tschüss, bis dann!